Ja, der Apple-Event ist nur noch Tage entfernt, nicht mal mehr eine Woche. Ich bin hier auch schon am Packen geistig und der Koffer steht da hinten parat, aber das dauert schon noch ein bisschen. Sonntag fliege ich erst los, aber im Internet ist schon mal die Hölle los, weil so kurz vor den Apple-Events ist immer die Stunde der Leaker und der Gerüchte-Experten und entsprechend wild köchelt es da und aller möglichen Plunder wird da geleakt. Mancher davon kann dann vielleicht stimmen, anderer nicht. Und ja, ich kriege ganz viel Post von euch. Kannst du nicht auch was dazu sagen? Wir haben das und das gesehen und meistens schreibe ich dann zurück. Ja, ich werde einfach bis Montag warten und dann gucken wir mal. Aber eine Meldung habe ich sehr, sehr oft inzwischen zugeschickt gekriegt, nämlich da die Tweets von Majin Bu, dass einer dieser Leaker, der es gibt, der manchmal ist ja gut, manchmal nicht. So ist das nun mal in diesem Geschäft. Mal trifft man es, mal trifft man es nicht. Und ich dachte, komm, wir reden über seine Apple-Watch-Gerüchte, die da eingetrudelt sind oder die er da gemacht hat. Aber anfangs wirklich die offizielle Warnung, Apple kann Informationen zur Apple-Watch viel, viel besser geheimer halten als zu den iPhones. Bei der Apple-Watch gibt es immer wieder Überraschungen. Ich weiß nicht mehr, wann war es mit der kantigen Apple-Watch? Da hat man am Tag vor dem Event noch geglaubt, es kam eine kantige Apple-Watch. Sie kam nicht. Als der immer an Bildschirm mit der Series 5 kam, haben wir im Publikum gesessen und auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass der schon kommt. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein bei der Apple-Watch. Und mit diesem Disclaimer vorausgeschickt, können wir mal schauen, was er da alles behauptet hat. Er war sehr, sehr fleißig. Er hat eine Liste mit zehn Prognosen gemacht. Apple-Watch 10 changes based on what I've been told by my source. Lustig, dass er Singular sagt. Wird ja wohl nicht nur eine sein, eine Quelle. Aber falls es nur eine Quelle ist, ist alles noch viel, viel unglaubwürdig. Aber wir sehen danach auch gleich noch, warum er sowieso da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Also, die erste Prognose ist, die neue Uhr komme in zwei Größen, 42 und 46 Millimeter. Gefolgt von ganz vielen Infografiken, die er da hat, zu den neuen Größen. Ich habe ja auch schon Gerüchte, dass die größere Apple-Watch auch auf 49 Millimeter geht. Da sage ich einfach immer wieder, wenn es um diese Millimeter geht, da muss man einfach aufpassen. Leute fragen mich auch immer, wie viele Zentimeter ist dein Armumfang? Welche Größe in Millimeter von Uhren kannst du tragen? Das mit diesen Millimetern ist keine exakte Wissenschaft. Also, das Messen schon, aber wie das dann schlussendlich aussieht und sich anfühlt, nicht. Darum darf man da nicht zu viel drauf geben. Es kann dann sein, dass irgendwie die Bildschirmgröße größer geworden ist, das Gehäuse aber nicht. Und ja, da ist ganz, ganz viel. Und wie sich eine Uhr dann trägt, hängt auch nicht zwingend von den Millimetern ab, sondern von ganz anderen Entscheidungen, wie das Armband befestigt ist, wie dick die Uhr ist und solche Sachen. Also, da muss man gucken, weil haben schon viele Leute gesagt, du meine Güte, jetzt ist die kleine Apple-Watch so groß, wie die große Apple-Watch damals zu Beginn war. Ja, mal schauen, ob es dann wirklich so ist und wie sie sich trägt. Also, anhand von Millimetern würde ich einfach dringend davon abraten, schon zu viel rein zu interpretieren. Aber kann schon sein, dass es irgendwo so in diese Richtung gehen könnte. Das finde ich jetzt noch relativ plausibel, was er da schreibt. Das ist weiterhin leicht zur Seite hin abgeneigt, weil es gab auch Gerüchte, dass die normale Apple-Watch jetzt auch ein flaches Display kriegt, wie die Apple-Watch Ultra, was ich ja nicht so schön finde. Ich finde die leicht gebogenen schöner. Aber da muss man gleich gucken. Da hat er nämlich, ups, wo haben wir es? Da unten, irgendwo hat er es geschrieben. Genau, hat ihn nämlich jemand sofort darauf angesprochen. Du schreibst, das Display bleibe gleich, also gekrümmt, und vor einer Stunde hast du gesagt, es sei flach. Und dann redet er sich da so ein bisschen raus mit, I limit myself to reporting the news that I find and that I am given. Ja, also er leite nur weiter, was man ihm sage. Und er schreibt dann nicht zu Unrecht, keine Pointless. Ja, da hat er nämlich getwittert, Apple Watch 10 Screen Protector shows, die Bildschirme, äh, die Schutzgläser würden belegen, dass das Display nun flach sei, wie bei der Apple Watch Ultra. Und dann kurz danach hat er eben da die Liste rausgehauen, wo es dann wieder heißt, es sei ja jetzt doch gekurft. Also ihr seht, das ist ein wilder Eiertanz da momentan. Und da darf man wirklich nicht zu viel drauf geben. Aber jetzt kommen noch so die Sachen, die ich spannender finde. Das Lautsprecher-Design würde sich ändern und sähe ein bisschen eher aus wie bei der Ultra. Und er hat da unten sowieso viele Bilder angehängt, wo man nicht so recht weiß, wo er die her hat und was die bedeuten. Da hat er dieses hier, was da wirklich so ein bisschen, so einen leichten Grill zeigt bei der, bei den Lautsprechern. Aber das macht jetzt die Sache auch nicht viel spannender. Hier wird es spannend, Punkt 4. Das Gehäuse würde dünner. Das ist sicher eines der Gerüchte, was man schon sehr, sehr oft gehört. Das ist auch eine meiner altesten Kritikpunkte an der Apple Watch, dass sie halt schon relativ ein Pummel ist. Die könnte schon ein bisschen dünner sein. Dann, hier bin ich nicht ganz sicher, was er meint. Der Angle becomes larger to match the band and the overall shape becomes rounded. Der Winkel würde grösser, um das Band besser anzupassen. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie damit zu tun hat, mit dem Teil, die Kammerstelle gar nicht scharf. So jetzt. Mit dem Teil hier, dass es sich vielleicht auf das bezieht. Aber was er da genau meint, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Falls jemand eine bessere Theorie hat, unbedingt unten rein kommentieren. Dann Punkt 6 finde ich ganz, ganz spannend. Stainless steel officially will no longer be used. This material has been replaced with titanium. Keine Stahl Apple Watch mehr. Das fände ich ja sehr, sehr erstaunlich. Ich bin ja großer Fan meiner Series 7 in Titan. Die ist ja wirklich eine großartige Uhr. Aber das wäre schon ein ziemliches Statement, wenn Apple keine Stahluhren mehr machen würde. Weil Stahl ist eigentlich das Standardmaterial. Man muss ja nur mal gucken, welche Uhren einen hohen Sammlerwert hat. Klar, die Golduhren sind auch toll. Aber Stahl ist immer noch sehr, sehr wichtig in der Uhrenindustrie als Metall und sieht einfach auch toll aus. Also ich fände das sehr bedauerlich, wenn sie das abschaffen würden. Aber ja, mal schauen. Also das fand ich ein sehr, sehr erstaunliches Gerücht, das ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Und das Mailänder Armband soll nach über 10 Jahren, nein, nach 10 Jahren, nicht nach über, das ist ein 10-jähriges Jubiläum. Das Mailänder Armband soll überarbeitet werden und sei nun auch aus Titan. Das finde ich sehr, sehr erstaunlich und nachvollziehbar auch. Ist ja wirklich ein Klassiker, eines meiner Lieblingsarmbänder. Ich sage immer wieder, wenn ich nur ein Armband haben könnte, würde ich das Mailänder Armband nehmen. Was dann aber erstaunlich ist, er hat dann auch noch Fotos, die er da postet, wo man wieder nicht so recht weiß, wo er die her hat. Irgendwo habe ich es noch in groß. Ah ja, da oben. Da hat er irgendein Mailänder Armband mit einer sehr aufwendigen Schließe. Ich habe das Bild dann auch noch durch eine Bildersuche laufen lassen und habe dann keine weiteren Bilder gefunden. Also keine Ahnung, was er da gefunden hat und was es ist, aber ich finde, das würde die Idee eines Mailänder Armbands im Allgemeinen ein bisschen an Absurdum führen, wenn man so eine Riesenschließe da dran macht. Weil das Aktuelle ist eigentlich schon toll. Wo sowas Sinn machen würde, wäre bei einem Mailänder Armband für die Ultra. Weil ich trage das Mailänder Armband ja sehr, sehr gerne an der Ultra. Aber da müsste man schon etwas haben, was noch ein bisschen sicherer schließt, wenn man da all die wilden Sportarten macht, die man macht, wenn man eine Ultra trägt. Zwinker, Zwinker. Ja, also das mit dem Mailänder Armband finde ich sehr, sehr spannend. Dann kommt es zur Goldfarbe. Der official Gold color is very light this year. It's estimated that the gold color of iPhone 16 this year will also be very light. Ja, es gibt ja diese Gerüchte um diese Bronzefarbe, Goldfarbe, wo man nicht so recht weiß. Hier nochmal schnell die Anmerkung. Apple kann auch Gerüchte zu Farben oder Informationen zu Farben sehr, sehr gut geheim halten. Da gab es auch immer mal wieder Apple Events, wo alle dachten, jetzt kommt Farbe XY. Dann kam ganz eine andere. Also abwarten. Und gerade bei Metallfarben ist es auch wahnsinnig schwierig, dann die finale Farbe vorherzusagen anhand von lausigen Fotos aus Fabriken. Kann dann sein, dass es in richtigem Licht ganz anders ausschaut und solche Sachen. Also da muss man gucken, aber würde schon Sinn machen, dass es, falls es irgendeine neue Goldfarbe gibt, dass die dann sowohl beim iPhone wie bei der Uhr auftauchen würde. Dann da Titan nochmal die möglichen Farben, Gold, Schwarz, Starlight, Original Color. Ja, also das verwundert mich auch ein bisschen. Wenn das Gold sehr fein sein soll, dann auch noch Starlight dazu. Das würde sich doch schneiden, ehrlich gesagt. Aber die wären sehr, sehr ähnlich. Aber eben, wie gesagt, das mit den Farben vorher zu sein, ist für Leaker unglaublich schwierig, weil man manchmal auch nicht weiß, ja welche ist es jetzt und wo geht sie hin. Also darum, da würde ich nicht zu viel drauf geben. Was mich natürlich riesig freuen würde, weil das kommt natürlich auch auf jede meiner Wunschlisten. Ich würde mir so gerne wünschen, dass es endlich mal wieder eine Keramik Apple Watch gibt. Ich fand die so groß. Ich hatte selber nie eine. Aber was es ein Keramik-Comeback geben würde, da hast du ja eine tolle Überraschung. Die Rückkehr der Edition. Ja, zum zehnjährigen Jubiläum oder so. Eine weiße Apple Watch Keramik als Zehnjahresausgabe. Eine limitierte Ausgabe muss es ja nicht sein, aber es kann eine nummerierte Ausgabe oder irgend sowas könnten sie ja machen. Solche Sachen sind in der Uhrenindustrie sehr beliebt. Also das mit der Keramik hier hat mich sofort wieder auf ganz viele wilde Ideen gebracht. Nein, das sind so die Gerüchte, die er da zusammengetragen hat. Ja, zu den iPhone-Hüllenfarben hat er auch schon Gerüchte. Ich mag ja natürlich Violett immer sehr, aber da, wie gesagt, über Farben müssen wir gar nicht groß diskutieren. Was ist ein bisschen die Frage? Es ist da unten momentan mit den Kameraknöpfen. Also dass der Kameraknopf kommt, danach sieht es inzwischen wirklich aus. Hip, hip, hurra. Aber wie der dann in den Hüllen drin ist, ist dann auch wieder etwas, was wir frühestens zuverlässig am Montagabend wissen. Aber es gibt sicher vorher auch noch ein paar Gerüchte. Nein, aber die Gerüchte, die Liste hier mit diesen zehn Punkten, die fand ich relativ interessant. Falls ihr eigene Beobachtungen habt oder eigene Theorien dazu, unbedingt unten rein kommentieren. Ich bin da, wie gesagt, immer sehr empfänglich und für neue Theorien auch immer zu begeistern. Auffällig war auch, dass zur Ultra nicht wahnsinnig viel gesagt wurde da drin. Also, ja, mal schauen, was wir da dann alles kriegen. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet nur Gerüchte, lieber Raphael, Daumen nach unten. Ich warte bis Montag. Ja, nur zu. Aber das Gute ist ja, ich schreibe es jeweils oben in den Videos relativ deutlich hin. Nicht, dass jemand draufklickt und denkt, Raphael, weißt schon alles und dann sind es nur Gerüchte. Nein, nein, das sind nur Gerüchte und wer sowas nicht mag, der muss das Video auch nicht anklicken, sage ich jeweils. Also, dann unbedingt Abo abschließen, dass wir dann auch die richtigen Uhren nicht verpassen, wenn sie dann wirklich kommen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.